Sie haben ein Gewehr! Runter auf den Boden! Ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn umgebracht. Ihr denkt, das hat der Frau angerichtet? Nur mal sehen, ob ich sie richtig verstanden hab. Dein Geist hat dort alle. Vor ihren Augen ausgelöscht. Wir müssen mit wie vielen Leichen rechnen? 20, 30. Crowley hat alle umgebracht. Sie bieten mir als Alibi irgend so einen mystischen Quatsch? Was ich Ihnen sage, ist die Wahrheit, Sherrod. Ob Sie's glauben oder nicht, hier steht überall Victor Crowley in Großbuchstaben drauf. Wer hat das da getan? Nein! Nein! Zurück! Zurück! Halten Sie ihn immer noch für tot? Ich habe ihn umgebracht. Hilfe! Hilfe! Oh nein! Nein! Auf unsere Hand! Hilfe! Das dort sind menschliche Eier. Eier hängen nicht einfach so von Bäumen. Wer da hat gecheckt, was abgeht? Wenn wir nicht auf der Stelle verschwinden, dann ist morgen früh niemand von uns mehr am Leben. Friss das weg da! Friss das weg da!